yo herzlich willkommen wir sind hier wieder bei der crooked man ich nehme mal wieder auf ne ich hoffe heute klappt es besser als gestern ich bin heute auch wieder besser gelaunt und ich würde sagen wir fangen gleich wieder an weil wir haben ja diese supertolle kleinen klitzer ding und ich bin dermaßen auf koffein ich habe jetzt endlich meine stresstermine die woche rum hofft dass die woche keine dazukommen und deswegen nehmen wir jetzt auf yo there's something on the desk got the key to the counseling room okay cool wir haben geschlüssel bekommen der cabinet ist locket ist locket okay das nix ist im mülleimer noch was aber im ernst wir könnten eigentlich auch mal ein feuerlöscher mitnehmen als waffe oder hier diesen großen hammer aber das dürfen wir ja nicht hier ist immer noch alles zu okay hat sich nicht viel verändert hier drin waren wir gerade hier drin können wir waren auch schon und dann würde ich sagen gehen wir mal können wir hier runter ja wir können runter da können wir nichts dran machen also gehen wir mal hier gucken jetzt läuft was sind das medicine room morpheum a bisschen opium oder der opel de tated to the read it's won't open ne morpheum hätte was dann könnten wir vom fahrrad fliegen und hätten spaß daran ja lass mit dem rollstuhl hier durch cruisen oh wir haben den jungen wieder gefunden hmm da you are fluffy don't you know to wander off alone i can handle the dark fine i told you i'm a big boy i'm not gonna try like some baby pink fluffy unicorns dancing on rainbows oh god ey das geht nicht nein das geht nicht you sure you don't see brave fluffy i have to admire that really haha yay you are brave as a captain america i'm kinda scared of walking in the dark but here i'm looking for someone if all is only there was something to deepen on just my luck okay i'll go with you mr david whoa really we want to believe thanks i feel much safer with you here fluffy haha i protect you mr david well stick together until his mother shows up i have dozens of sheriff offices is bbbbbbbb okay yay das erinnert mich ja schon fast an pokemon so dass ich dann gehört a hide mithromant ah i'm up to feet but about mr david i think i'm around six feet okay uh examination table okay the buscoops it's the thing when the doctor uses i want one can i have it um it's a kind of dirty you probably have chosen it is you know what various medical equipment fluffy what's this stuff i don't really know that yeah i'm actually pretty good on me i have to say my end here and here so ich dachte das wird das end aus minecraft oder so the keyhole is painted over it wanted open it wanted open können wir hier rein ja ich will hier nicht rein nein ich will da nicht rein ich werde jetzt auch angefangen endlich gescheite saves zu setzen nicht dass wie in letzter folge ich immer wieder so abspastungen hab ey cool da wird jetzt mit angezeigt okay hier können wir nichts dran machen ist ein bad warte zimmer dann werde ich sagen gehen wir mal hier rein okay hier wurde anscheinend der halker schaffen oder sowas bad nothing about about it okay können wir hier irgendwie was machen nix ähm da sind kotzflecken an der wand der trashcan ist irgendwie ist hier was drinne it's nothing bla 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 elektronical digiogrammonitor mein ohr juckt fuck ha ha es juckt ha 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 okay können weitermachen können gleich weitermachen diese ultrason waves und jetzt können wir weitermachen und jetzt juckt das andere ohr sehr gut okay ähm hier haben wir im selben raum nochmal ein iv stadius ach so hiv ach jetzt habe ich das verstanden oh mann ich bin so schlecht ist was mit müller nein sie hat sich auch sonst nichts verändert den rest brauchen wir uns glaube ich nicht anschauen wollt ihr mich verarschen copy and paste oder was copy and paste okay ich glaube wir müssen später den kleinen jungen spät auf den tisch spannen und zitieren okay dann gehen wir halt mal ganz hoch oh ein telefon a public phone a something in the trash slot got the fp's okay ich denke mal das wird für unsere kiste da unten eines der einer der ersten schlüpfe blöselviecher sein ähm k-hole is painted over können wir jetzt auch nicht rein hier können wir rein ah das visoire ich will aber hier rein ach ja jetzt könnten wir endlich mal uns a putrid yellow smells faul oh hi mr bug yeah there really are bugs this place is grass jetzt könnten wir wenigstens mal aufs klo gehen das würde uns ganz gut tun glaube ich äh 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 ist das ein baby photos oder was in der art a model of embryo a baby haha looks like a monkey well baby's kinda too äh äh despares numbers of books okay hmm ist hier noch was a mysterious machine okay klick piep piep don't touch that thing please jo ähm das ist ein stuhl mysterious machine und so weiter und so piep piep touchblatt ich würde es ja auch überrühren können wir nicht rein können wir da rein noch ein bisschen mal und ich sehe da nix auf dem boden nein ich sehe da keine wichsflecken auf dem boden ich will jetzt scheißen okay hier ist nix ähm die ähm okay die 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 tal die waren gewalt und so in also ich ich nur Wow, ähm, various memory lab equipment, bla bla bla, Fick, hier ist anscheinend nichts Tolles, hä, das ist der Small Container, und das hier ist in Röntgenaufnahme, der X-Rays, pardon, the Whiteboard, okay, vielleicht darf man sich später richtig ordnen, puzzeln, so, ähm, ja, X-Rays, die Räume hier sehen sich irgendwie ähnlich aus, also, ich war auch schon ein paar Mal in der Klinik und so, und da sahen die Räume irgendwie anders aus, Pfff, hä, was, 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 was schon da, der Door locket with a tree-diction code, seems it to read to the empty stairs, bla, oh, jetzt muss ich mich grad zusammenreißen, nicht, dass ich hier euch noch was vorröpse, ich weiß auch nicht, ich hätte jetzt grad tierisch Bock auf'm Energydrink, und da liegt ein Zettel, okay, und, ich will den Feuer löschen, nein, ich will, oh man, ich will, man, warum sind hier die Toiletten immer versperrt, The Carol is painted over, the bedroom is versperrt, pff, die Zettel interessiert mich nicht, ihr habt doch auch nicht irgendwelche Zettel auf, die auf'm Boden liegen, oder? Ich mach jetzt einfach mal einen auf totalen Ignoranten, okay, wir gehen den Zettel holen, ich hab keinen Bock auf Ignoranten zu machen, Found this trap of a notebook, My mother told me it was born here, she called it, it blazes happiness, but for me it's a blaze of regret, I wish I couldn't kill my chill self, back when I was fewer, when I still don't really love me, okay, Er wurde nie geliebt, seine Mutter hat ihn für einen Thunfisch gehalten, einen Thunfisch, Okay, piece of irgendein Scheiß, piece of irgendein Scheiß, eine Metallplatte, Wie viele Wolverines haben die hier wohl gemacht, ist leer, leer, alter, wer hat denn, Weißt du, die lassen die ganzen medizinischen Geräte hier stehen, Aber die kompletten Schränke räumen sie aus, die ganzen Schränke räumen sie aus, Das geht doch nicht. Okay, ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen, können wir ja den Vorstuhl öffnen, It won't open, okay, sehr gut, können wir noch höher, nein, dann würde ich sagen, Gehen wir halt wieder runter und gucken uns dort um, Können wir den, können wir die F-Fick-Blah-Booms da schon reinstecken, Where, where is indication of the top, Ah, schon gehört, six pieces first, okay, ich brauch erst alle Teile, Hm, ja, wir haben den Schlüssel gefunden, ich glaub, der war in den vorderen Räumen noch, Dann würde ich sagen, dubbeln wir mal mit unserem neuen Freund dorthin, Chillen uns da hoch und suchen den Raum, Weil da war irgendwas mit Konz- Und so weiter und so fort, Ähm, nein, das ist die Katerie, Da waren die toten Katzen, okay, die waren da also oben drüber, Wahrscheinlich war das der Junge, Hat wieder Katzen mit der haben, spielt, 200 irgendwas, können wir hier ran, Nö, nö, immer noch nicht, nö, Copy and paste, ey, ich bitte euch, Da hätte doch bei jeder Tür was anderes hinschreiben können, Zum Beispiel, Ich lass dich nicht rein, du blöder Hurenbock, Ich lass dich nicht rein, du blöder Hurenbock, Ich lass dich nicht rein, du blöder Hund, Du Hurenbock, du Osteröwewe, Nein, Also, Wolfman, wenn du das hörst, Das Spiel ist echt super genial, Auch wenn du ein Ostra-Kö bist, Ordinärer Straßenköter, Der hatte was gegen Katzen, Das haben wir auch schon gemerkt, Ähm, okay, 3-0 irgendwas, Können wir nicht rein, Können wir nicht rein, Können wir nicht rein, Können wir hier rein, Oh, was für ein Wunder ist es, Wir können nicht rein, Sehr gut, ähm, Okay, dann gucken wir, Geh mal, Da ist immer noch der Pissfleck of Doom, Pissfleck of Doom, Lauf durch, Lauf durch, Lauf durch, Oh, Mann, Ich dachte, Läuft jetzt durch, Unlocket the door, Ich hab's doch gewusst, Und was ist hier so besonderes drin, Hm, Hä, Warum läuft jetzt von selbst, I just saw a shadow, Was it in my emanation, Ich hab da grad gar nichts gesehen, What's up, Mr. David, It's nothing, Ich hab da grad gar nichts gesehen, Also, Ich guck mir später meine eigene Aufnahme mal an, Ich hab aber nichts gesehen, There's a lone diary here, Ach, Wir haben den Pinn gefunden, 12, 3, 3, 3, 5, PM, Tape 15, Subject, Visitor A, Guarantor of Relative in Room 413, Contents, Visited after sudden change, Patients, Acconditioned Patients, In a hospital, Is it, Upon needy finit the brain healness, Suggerideme die Kessene Kerasi, Due de Teglini heels, Die Patient of Tuturis Adali, Due the still thinking herself healthy, Her memories of her as a radio, Asout counseling on how to cope, The patient misunderstands it was a petoning here, She cries and screams, Her mind is stable, Cause her selling will likely continue for both, 2, 10, 8, 20, Tape 16, Subject, Visitor A, Graba, Blah, 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 A visit after the patient is dead, His lame a dead given she was going to die, He couldn't watch over here at home, He started to loving it in his head itself, Is not happy, So if the life is a gonie, Then waiting a death, And worried a little, Should I have refused him as a doctor, Or tolerated as a person, Of dignity, Dignity, I'm dignity, 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 Okay, I wish, He would come back here, But unfortarily, I can't force him, I can't force him, I wonder if kind of things happen a lot, Was ist das, ein Storybook? Nein, das ist nicht. Da ist ein Kuss in der Diary. Ich habe eine Psychiatrie-K. Na toll, eine Psychiatrie-K. Danke. Hö, hö, hö. Eine Psychiatrie-Schlüssel, ja, klar. Auf jeden Fall. Ihr könnt mich mal. Ich nehme den Jungen jetzt und wir verpissen uns nach Kanada und machen dort eine WG auf und werden Holzfäller. Naja, okay. Ich würde sagen, das reicht dann aber auch wieder für die Folge. Ich wünsche euch für heute auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir haben hier super Wetter. Bis dahin. Ciao.